Vor allem mit seinen Speziellkabeln, seiner Firma Computerkabel Kavidek in der Leoboldauerstraße, jederzeit zur Verfügung steht. Und außerdem ist er ein überaus scharf-sinniger Analytiker. Ueli Ueli. Guten Abend. Eigentlich wollte ich schon immer so an meinem Rederpult stehen. Ich habe aber bei allen Parteien mich schon als Pressesprecher beworben und kam aber nie über meine Andrittsrede hinaus. Daher bin ich bei jedem aus der Verfassungsgilde unheimlich, unheimlich dankbar, mich hier zu präsentieren zu dürfen und im nächsten Jahr der Hoffnung Autosverleihung und vielleicht hier als Presseprecher. um gieren zu dürfen. Ich dürfte bei den Proben ein wenig zuhören und wieder hören, wenn eine Andrittsrede bzw. Bewährungsrede das interne Treiben ein wenig analysieren und kommentieren. Verzeihen Sie mir aber, meine Artikulation, wenn bei öffentlichen Aufträgen bin ich immer sehr, sehr nervös und komme hin und wieder ins Stoddern, wie Sie schon bemerkt haben. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Präsident, Sie sind ein Troch, Troch, Troch. Trotz Ihrer Strebe ein beliebter Vorgesetzter. Auch Ihr Vize ist ein Hund, ein Hund hundertprozentiger Mitarbeiter und obendrein eine Idealrepräsentanz der Gilde. Ihre Lebensgefährtin, die Sau, 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 Sau. Die saubere Frau Gemahlin ist eine Hurtige mitarbeitende Frau. Sie hat sehr viele Freunde wegen ihres großen Popo-Politischen Einflusses. Ihr gilten Innenminister, ist ein Deputierter des Elferrates und wird dem Faschigstreib den nötigen Schwung verleimt. Ihr Landespräsident, ich glaube da unten, Sie sagen, ja, ja, ich glaube, er muss nur nur, er muss Ludwig Müller bleiben. Damit er mit seinem Präsidenten, Karl-Eustrenismus, weiterhin so gut, wie ich für die Südelen zusammenarbeiten kann. Ich muss jetzt A. Wie ich wiederholen, was ich sagte. Die Jellershofer Faschigskilde ist am Hund, am hundertsten Jahrestag sicherlich genauso aktiv wie heute. Ich lasse aber einen gehen, den lustreichen Abend nicht drüber gehen, ohne unserer kulinarischen Kantinen-Dame zu gedenken. Ihre Kulaschsuppe schmisst eine Stunde. Eine Stunde von Schmutzkonkurrenz überlebendes Fabrikat. Sie schmeckt wie eine Galt, 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 galizianischen Freunde behaupten, ausgezeichnet. Jeder, der sie isst, wird Tee. Hinreichend von ihrer Günde überzeugt sein. Daher konsumieren Sie nur so viel Sie können. Hinterher können Sie noch immer da rechts draußen Speisen, 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 einfach Brötchen und Pärtchen. Doch nun wieder zurück zum Modest meiner Rezilligkeit. Ich bin ein alter, eh, 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 wohl gediegener Mensch. Aber bevor ich schließe, muss ich doch auf das Klo. Klo-reiche Wirken Ihrerseits zurückkommen. Sie können mich nach, 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 nach. Anbetracht, meine Sprachfehler, sicherlich alles entschuldigen, auch wenn ich mich anscheinend kurz fasse. Wir bitten Sie trotzdem zur Kasse. Denn die Jägersdorfer Falschingsgilde, die ist Klasse. Wir gucken dich, dass Sie sehr gut sind. Wir kommen Sie mit den Klasse. Und Sie können, wie Sie dieses Klasseu, wenn Sie die Klasseu betätst. Ich glaube, es ist schon sehr, 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 sehr.